YouTube-Anmoderation für Morgenroutine. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Flip. Ich bin Regina und das hier ist ein spezielles Workout für Morgenmuffel. Falls ihr dasselbe Problem habt wie ich, ihr kommt morgens einfach nicht gut in den Tag, hier sind vier Übungen, damit ihr euren Kreislauf anregen könnt, um somit besser in den Tag zu starten. Zu Beginn wollen wir erst einmal unsere müden Knochen aufwärmen und den Kreislauf ein bisschen anregen. Wir fangen an mit Seilspringen. Je mehr Spaß dabei ist, desto mehr Kalorien verbrennt ihr auch. Kommen wir nun zur ersten Übung und zwar zu den Liegestützen. Wer mich kennt, weiß ganz genau, dass ich keinen vernünftigen Liegestütz hinbekomme. Deshalb stütze ich mich an den Knien ab. Versucht so weit wie möglich runter zu kommen, vergesst dabei bitte nicht eure Körperspannung. Der Rücken bleibt gerade und der Po wird nicht nach oben gestreckt. Wenn ihr wieder oben angekommen seid, tippt ihr mit der rechten Hand auf die linke Schulter und wechselt von der linken Hand auf die rechte Schulter. Das Ganze wiederholt ihr 20 Mal. Die nächste Übung ist allseits bekannt. Das sind die Sit-Ups. Wir legen uns auf den Rücken, die Beine winkeln wir an, die Arme legen wir an den Kopf und den Oberkörper ziehen wir zu den Knien. Versucht das Kinn zur Brust zu ziehen, sodass auch die Wirbelsäule durchgehend gerade bleibt. Bei der letzten Übung bleiben wir direkt auf dem Rücken liegen. Wir winkeln unsere Beine an und ziehen die Knie ran. Und jetzt kippen wir die Beine mit dem Becken zur Seite. Achtet darauf, dass ihr die Beine nicht auf den Boden absetzt. Jedes Mal, wenn wir in der Mitte ankommen, stoßen wir das Becken nach oben und kommen auf die andere Seite. Na, auf diese Weise kommt ihr doch ganz bestimmt viel fitter und motivierter in den Tag. Falls ihr noch andere Anregungen habt, dann teilt das Ganze doch bitte unter dem Hashtag FlipFit. Falls ihr noch Anmerkungen habt, könnt ihr sie unten in den Kommentaren aufschreiben. Lasst einen Daumen hoch da und ein Abo. Hier kommt ihr noch zu den anderen Videos. Viel Spaß noch. Ich erlasse es jetzt, ich kann nicht mehr. Vergesst nicht, den Daumen da zu la... Daumen, oh mein... Es war so gut, es war so gut. Anregungen könnt ihr gerne unten in den Kommentaren... Was rede ich denn hier von der... Oh mein... Oh mein...